Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel Auslösungsvideo vom Monat Oktober es ist das erste und da ging es um Superman ja da hätte es jetzt einmal gegeben einmal eine Postkarte von Superman dann ein Windel Sticker und die ist aber sehr schlauig wisst ihr mal wie lange ich das schon im Regal stehen habe einfach diese Dope Figur von Superman und ja zehn Leute haben mitgemacht ich würde sagen wir fangen an ich mischel nur kurz durch und dann schauen wir mal wer als erstes gezogen wird und nicht gewonnen hat Bombastik, Fantastik, du hast leider nicht gewonnen GnTV, du hast leider auch nicht gewonnen Der Matratzenmatze hat leider auch nicht gewonnen Weiß gar nicht, seht ihr das? Nein, seht ihr gar nicht, wie ich das aufmache Ok Ok Anton Sebach hat leider auch nicht gewonnen Pocho, du hast leider auch nicht gewonnen Malte Tasche Malte Tasche, du hast leider auch nicht gewonnen Der 4K-Sammler hat leider auch nicht gewonnen So, letzten 3 MV, du hast leider auch nicht gewonnen Und der letzte ist Karabus Abus, du hast gewonnen Herzlichen Glückwunsch Du bekommst einmal den Dorb Einmal den Windelsticker Und einmal die Postkarte Alles von Superman Schreibt mir bei Instagram oder als E-Mail Und ja, an alle anderen nicht traurig sein Es kommen weitere Gewinnspiele Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann Bei einem nächsten Video wieder Bis dahin sage ich, bleibt dran Bis dann Euer Steffo Ciao, ciao 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 Ciao